Sumangali ist ein tamilisches Wort. Es bedeutet eine glücklich verheiratete Frau. Menschenhandel ist heute das am schnellsten wachsende Verbrechen auf der ganzen Welt. Wenn du die Geschichte von jemandem persönlich hörst, bleibt diese Geschichte bei dir. Die Geschichte lebt in dir. Heute planen wir eine Rettungsmission. Dabei versuchen wir 50 Mädchen zu retten, die aus einem Dorf namens Pafgada verschleppt wurden. Einige erzählten uns, dass sie für das Sumangali-Programm angeworben wurden. Das ist aber in Wirklichkeit ein Menschenhandelprogramm. Diese Schwestern haben uns darum gebeten, dir ihre Geschichten zu erzählen. Darum hoffen wir, dass ihr zuhört und reagiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017